Die Zeit, als in der Schweiz noch Autos gebaut wurden, ist längst vorbei. Glaubte man bis vor kurzem. Dass dem nicht so ist, wollen wir Ihnen heute Abend zeigen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Der internationale Automobilsalon in Genf ist für uns Anlass, um über aktuelles aus der Schweizer Autoszene zu berichten. Auf eidgenössische Technologie setzt zum Beispiel der schwäbische Autogigant Mercedes. Sein Stern glänzt wieder auf einem Formel-1-Boliben. Der Wagen wird bei Peter Sauber in der Nähe von Zürich hergestellt. Die Triebwerke dazu liefert Mario Illien. Im Artcenter am Genfersee werden zukünftige Autodesigner ausgebildet. Und Nikolas Hayek von Swatch und Mercedes-Benz-Chef Helmut Werner zum gemeinsamen Autoprojekt. Das Oldtimer-Rennen der Superlative in unserer Rubrik Swiss Made. Der deutsche Automobilrennfahrer Heinz-Harald Frenzen startet in zwei Wochen zu seiner ersten Formel-1-Saison. Sein Teampartner ist der Österreicher Karl Wendlinger, der im letzten Jahr ein neues Team zu viel Erfolg und Beachtung gefahren hat. Der Teamchef und Konstrukteur des Wagens, der Zürcher Peter Sauber, hat selbst als Rennfahrer begonnen. Mit einem VW Käfer begann 1968 die Rennfahrerkarriere. Mit der Käseschnitte, wie man diesen Rennsportwagen nannte, debütierte Peter Sauber als Konstrukteur. Die ersten Rohrrahmen lötete er selbst, zu Hause in Zürich, im Keller. 1970 stellte Sauber den C1 fertig, der bereits eine Kunststoffkarosserie hatte und von einem Ford Cosworth 1 Liter Motor angetrieben wurde. Mit ihm fuhr Peter Sauber die Schweizer Meisterschaft und wurde mit dem Eigenbau auf Anhieb Meister. Mit dem Sieg beendete er seine Rennfahrerkarriere. Als Konstrukteur setzte er bereits damals auf Computer. Maschinen, die heute recht vorsintflutlich anmuten. Für das Chassis wurde Aluminium verwendet. Finish-Arbeiten am Urmodell des C5. Dieser Renn-Zwei-Sitzer wurde international eingesetzt, unter anderem mit dem späteren Formel-1-Piloten Marc Surer in Le Mans. Nicht immer verliefen die Testfahrten reibungslos. Oft fuhren C4 und C5 erfolgreich im gleichen Rennen. In den folgenden Jahren bereitete Sauber auch BMW M1 vor, bis dann die neue Rennklasse der Gruppe C ins Leben gerufen wurde. Am Ford Cosworth Motor des Sauber C6 war der Schweizer Motorenbauer Mario Ilien wesentlich beteiligt. Start mit dem Sauber C6 in Le Mans. Die Saison mit dem spektakulär aussehenden Wagen endete aber für Peter Sauber eher enttäuschend. Danach folgten C7 und C8. Und vor allem der Sauber Mercedes C9, der hier in Hinwiel zusammengebaut wird. Er war wie sein Vorgänger mit einem Mercedes-Motor ausgerüstet. Mit zwei Turboladern holte man aus dem abgeänderten Serienmotor 700 PS. Die Wagen waren sehr schnell, konnten aber im ersten Jahr keinen WM-Lauf gewinnen. 1988 siegten die C9 Sauber Mercedes in der Sportwagen-WM bei Rennen in Jerez, Brünn, Spa und auf dem Nürburgring und erreichten gesamthaft den zweiten Platz hinter Jaguar. 1989 wurden die C9-Karosserien vom traditionellen Dunkelblau in Eile in Silber umgespritzt. Die Silberpfeile waren neu geboren. Und sie waren überaus erfolgreich. 1989 gewannen sie die Sportwagen-Weltmeisterschaft überlegen. Unter anderem mit einem sensationellen Doppelsieg in Le Mans. alg CMB-Z 2021 2018 1933 � Und nach den Sportwagensiegen kam die Formel 1. Bei der Technik ist es so, dass grundsätzlich, so betrachte ich es wenigstens, der Sportwagen das komplexere, das kompliziertere Fahrzeug ist als der Formel 1 Wagen. Es ist aber trotzdem schwieriger, einen erfolgreichen Formel 1 zu bauen, weil es ganz einfach eine andere Liga ist. Man fährt hier eine oder zwei Stufen höher, darum ist es auch schwieriger, in der Formel 1 zu Erfolg zu kommen. Im Moment ist auch die Spitze recht breit und um hier unter die ersten fünf zu kommen, muss man schon sehr, sehr gut sein. Fast widerwillig habe er sich auf die Formel 1 eingelassen, meint Peter Sauber. Zu unberechenbar sei sie ihm, zu viel Geld stehe auf dem Spiel. Das in der neuen Saison wieder verstärkte Engagement von Mercedes verschafft ihm zwei etwas Luft, erhöht aber auch den Erwartungsdruck. Mercedes finanziert die Entwicklung, die Wartung und der Einsatz der Motoren. Das finanzielle Budget für die Einsätze und die Herstellung der Fahrzeuge, das tragen wir hier selbst und müssen es über Sponsoren abdecken. Die Rennabteilung, die Mercedes zusammen mit uns aufgebaut hat in den letzten zehn Jahren, die ist heute wieder wesentlich kleiner als in der Sportwagenzeit. Eines hat sicher einen Grund, warum Mercedes sich, ich würde sagen, global jetzt mit dem Motorsport beschäftigt. Der einzige Grund darf nur der sein, mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Ich glaube, es ist wichtig für ein Produkt, dass es populär ist, dazu hilft der Motorsport ganz generell, dass ein Produkt einen sportlichen, einen jugendlichen Charakter bekommt. Unter den Fahrern genießen die nur rund 500 Kilogramm schweren Saubermercedes einen ausgezeichneten Ruf. Neu im Team ist der deutsche Formel 1-Debütant Heinz Harald Frenzen. Als er sauber anrief, dass ich auch mal in Mugello testen darf, zwei Tage lang sogar, da war ich so vorteilhaft begeistert. Weil die Chance gibt es ja nicht so oft, dass man in einem aktuellen Formel 1-Auto mal fahren darf und sein Potenzial zeigen kann. Die von Sauber scherzhaft als Fahrräder bezeichneten, nur 500 Kilo schweren Boliden müssen sich buchstäblich am Boden festsaugen. Aerodynamisch stellen sie ihre Konstrukteure vor große Probleme. Sauber kennt das Potenzial des neuen C13, dämpft aber übertriebene Erwartungen. Wir sind im Januar in Estoril gewesen, in Portugal, und haben dort überraschend gute Resultate erzielt. Man darf schon sagen, überraschend, ja. Und jetzt, vor zwei Wochen, sind wir aus Barcelona zurückgekommen und da ging es dann nicht mehr ganz so gut. Es war etwas ernüchternd, aber wir wissen wenigstens, wo wir ansetzen müssen, wo wir uns verbessern können. Peter Sauber genießt den Ruf eines Perfektionisten bis ins Detail. Dank seiner im Formel-1-Zirkus seltenen Zurückhaltung ist es einem Team zuzutrauen, bereits in der zweiten Formel-1-Saison an die glorreiche Rennsporttradition von Mercedes-Benz anzuknüpfen. Sauber Mercedes heißt das Auto, weil das Chassis von Sauber und der Motor von Mercedes kommt. Das Triebwerk trägt zwar den Namen und den Stern von Mercedes, gebaut werden die Aggregate aber von Mario Iljen. Man nennt ihn auch den Motorenzauberer aus Chur. Für viele Experten ist der 43-jährige Mario Iljen der Rennmotorenpapst schlechthin. Der Gärtnersohn aus Chur in den Schweizer Alpen war schon als Jugendlicher von Automotoren fasziniert. Konsequent, in ruhiger und zäher Arbeit, hat er seinen Traum verwirklicht. Heute beschäftigen er und sein englischer Partner Paul Morgan in der gemeinsamen Firma Elmore zwischen London und Manchester 150 Leute, vom Zeichner bis zum Mechaniker. Es würde mir sicher auch Freude bereiten, Serienmotoren zu konstruieren, nachdem ich Rennmotoren gemacht habe. Aber ich glaube, der Traum und die größte Herausforderung ist sicher, Formel-1-Motoren zu bauen. Mario und ich hatten nicht die geringsten Zweifel an unserem Erfolg. Wir waren absolut überzeugt davon, gleich von Beginn an Motoren bauen zu können, die Rennen gewinnen würden. Es ist sehr wichtig, die richtige Einstellung zu haben, wenn man eine Firma gründet. Eine Rennmotorenfirma zu führen, unterscheidet sich ganz wesentlich vom normalen Geschäftsleben. Man befindet sich in einer Art Kriegszustand. Die Arbeit verfolgt einen 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Rennmotorenbau heißt höchste Präzision. Präzision, die im Serienmotorbau unnötig ist, unbezahlbar wäre. Hochleistungsmotoren, wie sie in der Formel-1-Verwendung finden, müssen 14.000 bis 16.000 Umdrehungen im Dauerbetrieb leisten können. Doppelt so viele wie ein normales Straßenfahrzeug. Jedes einzelne Motorenteil wird in Ilmors Inspektionsabteilung vermessen. Nach jedem Arbeitsgang aufs Neue. Dabei bewegen sich die tolerierten Abweichungen von der Vorgabe zwischen unglaublichen 5 und 10 Mikron. Mikroskopische Dimensionen. Der Durchmesser eines menschlichen Haares im Vergleich zu einem Mikron, dem Tausendstel eines Millimeters. Die Einzelteile der über 200 markteuren Triebwerke von Ilmors sind in Werkstoff und Bearbeitung von höchster Güte. Was die Qualitätsnorm nicht erfüllt, wird ohne Rücksicht auf Kosten aussortiert. Wir sind nicht auf den letzten Pfennig angewiesen. Also wir haben die Möglichkeit, da uns den Anforderungen von der Mechanik anzupassen und auch die richtige Materialauswahl zu treffen. Die meisten Bestandteile, wie hier etwa die Kolben, lassen sich in der benötigten Qualität nicht von Lieferanten beziehen und müssen deshalb von Ilmors selbst hergestellt werden. Dominierende Arbeitsgänge dabei sind das Fräsen und Bohren. Rennmotoren sind nie fertig, werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Die dafür benötigten Versuchs- und Testbestandteile werden noch auf konventionellen handgesteuerten Präzisionsfräsen hergestellt. Ansonsten dominieren computergesteuerte Werkzeugmaschinen und Roboter die fast menschenleere Werkhalle. Denn erst solche Maschinen erlauben die Produktion größerer Stückzahlen desselben Elements in immer gleichbleibender Qualität. Die strengen Normen in der Rennmotorenherstellung übersteigen selbst die des Flugzeugbaus. Um die teuren Maschinen auszulasten, läuft die Produktion rund um die Uhr. Roboter bestücken die Maschinen auch während der Nacht. Die Computersteuerung der Maschinensysteme ist dabei raffiniert genug, eventuell auftretende Fehler selbst zu erkennen und den Arbeitsvorgang gegebenenfalls zu unterbrechen. Es gibt heute eine richtige Rennsportindustrie. In Großbritannien allein arbeiten schätzungsweise rund 50.000 Leute für den Motorrennsport. Wir sind in der glücklichen Lage, mit unseren Motoren in den beiden wichtigsten Rennsportveranstaltungen weitseits des Atlantiks engagiert zu sein. In der Formel 1 und in den nordamerikanischen Indy-Car-Rennen. Um hier konkurrenzfähig bleiben zu können, müssen wir uns mit unseren Produkten auf diese beiden Veranstaltungen beschränken. Vor zehn Jahren begann Mario Ilien im Auftrag der GM-Tochter Chevrolet, Motoren für Nordamerikas populärste Autorennen, die Indy-Car-Serie, zu bauen. Heute dominieren seine V8-Motoren diese Disziplin fast nach Belieben. Seit 1987 gewannen sie 70 Prozent aller Indy-Rennen. Chevrolet hat, dank der Ilmor-Motoren, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Das erwünschte Werbeziel war erreicht und so beschloss die Firma, sich wieder aus dem Rennsport zurückzuziehen. Neuer Partner bei Ilmor ist jetzt Mercedes-Benz. Und so tragen Ilien's neue V10-Triebwerke den Namen Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Die Stuttgarter Edelmarke wird damit dieses Jahr erstmals seit Jahrzehnten wieder in der Formel 1 vertreten sein. Es ist ein sehr prestigeträchtiger Name. Entsprechend glücklich sind wir über diese Verbindung. Mercedes hat unsere Erfolgsbilanz studiert und glaubt, mit uns die große Tradition der Firma im Motorsport fortführen zu können. Und wir glauben, dass wir für Mercedes-Benz Rennen gewinnen werden. Im harten Rennsportgeschäft ist selbst Werkspionage nichts Ungewöhnliches. Die Geheimhaltung ist sehr wichtig, weil wir an Details, an kleinen Problemen, recht lange arbeiten und viel Zeit und Geld investieren. Und dann wollen wir natürlich der Konkurrenz nicht zeigen, wie wir ein bestimmtes Problem gelöst haben. Oder wenn wir neue Ideen haben in gewissen Gebieten, wollen wir das natürlich auch nicht bekannt geben. Wir haben schon Fälle gehabt in der Vergangenheit, wo Information zur Konkurrenz gegangen ist. Aber das muss man halt dann entsprechend abhängen. Auf dem Prüfstand wird jedes neue Triebwerk getestet. Ilmos Formel 1 Motoren sind, so meinen viele, die technisch elegantesten ihrer Art. Nur 123 Kilogramm leicht schöpfen sie aus 3,5 Liter Hubraum weit über 700 PS. Dabei müssen die Motoren den Treibstoff mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad nutzen. Der ruhige Schweizer sieht denn auch keinen Widerspruch zwischen Rennsport und Ökologie. Die Entwicklung eines möglichst umweltfreundlichen Kleinwagens etwa würde den Rennmotorenkonstrukteur erklärtermaßen reizen. Das Auto der Zukunft muss sicher kleiner werden und muss auch wesentlich weniger Kraftstoff verbrauchen. Ich glaube, wir müssen uns etwas einschränken. Wenn man heute ein Fahrzeug auf die Straße stellen kann, das vom Verbrauch her, von den Abgasen her und auch vom Komfort her noch etwas bietet, ist das sicher etwas, was der Markt sehen möchte und das wird sich sicher auch verkaufen. Kleinwagen, wie sie Mario Ilien prophezeit, sind tatsächlich ein Markt der Zukunft. Alle großen Automobilhersteller produzieren bereits Minis oder ihre Projekte stehen kurz vor der Markteinführung. Kompakt- oder Stadtautos von Audi über Ford bis VW werden den Straßenverkehr des kommenden Jahrzehnts mitprägen. Ein Kompaktauto geistert seit einigen Jahren durch die Presse. Viele hielten es für einen Marketing-Gag, andere zweifelten an der Kompetenz des Initiators. Die Rede ist vom Swatchmobil. Nun wird es gebaut. Auch dieses Projekt wird gemeinsam mit dem schwäbischen Großkonzern realisiert. Wir haben die Chefs beider Unternehmen dazu befragt, was sie zueinander geführt hat und wie sie voneinander profitieren können. Swatch, SMH, Herr Hayek sind sehr erfahren, sind sehr spezialisiert in der Kombination von Effizienz, von Emotion und von Technologie. Und aus dieser Kombination ist dort ein Produkt entstanden, das Weltgeltung hat, das der Schweizer Industrie eine Position wiedererobert hat, die bereits in großen Teilen verloren war. Und das auf sehr überzeugende und vor allen Dingen ertragreiche Art und Weise. Wir sind kein Autobauer. Also ich brauche jemanden, der mir zu sichert, dass die Sicherheit der Passagiere 100% gewährleistet wird und höchst sicher wie jede andere Auto, der etwa größer sein könnte. Das ist eine erste Bedingung. Zweitens jemanden, der die Homologation weltweit uns hilft zu machen und drittens die ganze Distributionssysteme. Und wir brauchten natürlich einen Partner, der unsere Kompetenz auf der Automobilindustrie, die wir nicht besitzen oder besaßen damals, massiv erhöht, damit dieses Auto eine Chance bekommt. Ich gehe mal davon aus, dass dies ein sehr gutes Zweitauto sein kann und für junge Leute auch ein gutes Erstauto. Und es ist sinnvoll, ein solches Auto zu bauen, wenn es einen Markt findet. Wenn wir Europäer, der untere Marktsegment, diese emotionale Massenprodukt Auto, nicht beherrschen würden, wenn wir das die Japaner überlassen oder die Asiaten überlassen, verlieren wir den mittleren und der obere Marktsegment. Und hier haben wir eine Verpflichtung in der untere Marktsegment, etwas der hohe Qualität bedeutet, genau das was Swatch ist, hohe Qualität, tiefen Preis, Provokation, Spaß am Leben machen wird. Ich glaube, wir sind die Ersten mit einem Konzept dieser Art, denn alle Autos, die Sie heute im Markt sehen, sind eigentlich in ihrer Grundkonzeption abgeleitet von größeren Autos. Sie sind geschrumpft, sie sind kleinere, sie sind verkleinerte, große Autos und dieses passt eben nicht in diesen Markt hinein. Erst sind wir die größte Spezialisten in Europa in der Mikromechanik. Das heißt, wir sind die Spezialisten seit über 200 Jahren für ganz kleine mikromechanische Teile, die große Wirkungen haben. Das heißt, wir können Kleinbauern große Wirkungen haben. Das ist normal für die Uhren, aber wir machen auch bei unserer Tochtergesellschaft, die ETA, sehr viele Teile für die Automobilindustrie unter diesem Aspekt. Automobile sind selbstverständlich noch viel emotionaler verstanden vom Bürger als Uhren. Diese Idee kann auch dort eine Faszination haben. Wir haben uns damit befasst, wir haben ein sehr eigenständiges Konzept entwickelt, eine sehr eigenständige Idee gehabt. Und insofern glaube ich, dass die beiden Talente, auf ihre Weise sehr wohl definiert, Swatch und Mercedes, hier zu einem guten Spannungsfeld führen können, das viel verspricht. Welchen Namen das Gefährt haben wird, ja, wie es aussehen soll, steht zurzeit noch nicht fest. Die Autodesigner werden gefordert sein, um einen ähnlichen Wurf wie die berühmte Plastikuhr Swatch landen zu können. Autodesigner wird man wie Kaufmann oder Krankenschwester, durch Ausbildung. Die renommierteste und deshalb exklusivste Schule Europas für Autodesigner und Designerinnen befindet sich in der Schweiz. Ob so die Autos des 21. Jahrhunderts aussehen? Gut möglich, denn dies sind Entwürfe von Designern, die die Autos der Zukunft gestalten werden. Sie tragen die Handschrift von Schülern der Kaderschmiede des Autodesigns des Art Center College of Design. Die internationale Schülerschaft trifft sich am Genfer See in La Tour de Paix, wo in einem ehemaligen Gutsbetrieb ein Tochterinstitut, der größten Designschule der Welt, des Art Center in Pasadena, eingerichtet wurde. Entsprechend vornehm residiert der Direktor im Schloss von Suilly. Vielleicht sollte ich vorausschicken, dass die Grundphilosophie des Instituts sowohl in den USA wie auch hier eine bewusst praxisorientierte Ausbildung abzielt. Das heißt also, wir wollen erreichen, dass unsere Abgänger, unsere Absolventen als junge Professionals in der Lage sind, sofort in eine professionelle Aufgabe einzusteigen. Sei es als Designer in einem unabhängigen Designstudio, sei es in einem Studio in der Industrie. Bis es soweit ist, durchlaufen die Schüler ihre Ausbildung in acht Trimestern. Sie lernen ihr Handwerk von der Pike auf, von Grafik überzeichnen, Materialunterricht und Modellbau bis hin zur gleichzeitig Marketing- und Technik-orientierten Schlussarbeit. Die Spezialisierung auf Autodesign erfolgt nach vier Semestern. Doch die Schulleitung wehrt sich gegen das Image, nur Autodesign-Schule zu sein. Wir haben drei Fachrichtungen, und zwar Kommunikationsdesign, was beinhaltet Grafik, Verpackung und Werbung. Dann das klassische Produktdesign und Transportdesign. Wir sagen also nicht Automobildesign, sondern Transportdesign. Denn eine ganze Reihe von Aufgaben, die wir gemeinsam auch mit der Industrie untersuchen. Dazu gehören Public Transport, also öffentliche Verkehrsmittel, ebenso wie Privatfahrzeuge oder Nutzfahrzeuge. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein Mittelschulabschluss, eine Vorbildung in Design, gestalterische Kreativität und ein dickes Portemonnaie. Natürlich müssen die Kandidaten auch Computerkenntnisse mitbringen, denn im Design läuft nichts mehr ohne 3D-Animation. Sowohl im Kommunikationsdesign wie auch im Produktdesign wird Computeranimation immer wichtiger. An der Design-Schule werden deshalb Schnittstellen gefördert. Dieses Radio ist ein Produktentwurf, der zugleich mittels Computer in ein Kommunikationskonzept eingebunden wird. Indem ich jetzt hier hineingehe, kann ich das Radio drehen in alle Richtungen, wie ich es haben möchte. Kann mir dann eine Funktionstaste auswählen, bei dem dann dieser spezielle Radiosender eben seine Musik spielt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehe, eine andere wähle, kommt eine andere Musik. Ich kann mich jetzt hier zu den Plus-Minus-Knöpfen gehen, die mir dann die Lautstärke verstellen. Ich leiser werden und lauter werden. Wenn ich das Radio natürlich abdrehen möchte, kann ich es abdrehen oder ich drehe es einfach wieder auf. Wie praxisbezogen ist nun aber diese Studienarbeit? Im Moment ist es leider Gottes noch eine Ausbildungsspielerei, aber ich werde noch versuchen, mich an Firmen zu wenden, um das Produkt dann im Endeffekt wirklich produzieren zu können. Natürlich werden noch Autos mit Computerhilfe entworfen, wie dieser Kleinwagen. Eine Projektstudie, welche die Schule im Auftrag eines deutschen Automobilkonzerns erarbeitet hat. Ganz im Trend der Zeit, ein vierplätziges Stadt- oder Kompaktauto. Die Zusammenarbeit mit der Autoindustrie beinhaltet aber nicht nur Forschungsaufträge, sondern auch Know-how-Transfer. Wir haben das Prinzip, wir arbeiten nicht mit professionellen Lehrern, sondern lehrenden Professionals. Das heißt also, dass Designer, die im Beruf stehen, die in der Praxis stehen, als Dozenten, als Gastdozenten hier arbeiten. Und die Designer aus der Automobilindustrie sind sehr aktiv, wenn sie so wollen, in ihrer Gastlehrtätigkeit. Hartmut Esslinger von Frog Design, Jean Robert, Punktgestaltung der Vater der Swatch, die Möbel- und Ausstattungsdesigner Bellini und Castiglioni, Pinky Leif von Porsche und viele andere sind oder waren Gastdozenten in La Tour de Paix. Überhaupt unterrichten Designer von allen großen europäischen Autokonzernen regelmäßig am Artcenter. Die Zusammenarbeit mit der Autoindustrie ist aber auch für die Studenten wichtig. Einigen wird die Ausbildung, bis zum Abschluss verschlingt sie über 50.000 Schweizer Franken allein an Schulgebühren, von Autoherstellern finanziert. Ich bin hierher geschickt worden von einem Sponsor, von Renault, um hier die Schule zu absolvieren. Renault übernimmt die gesamten Ausbildungskosten. Zu den Schulgebühren kommen die Lebenshaltungskosten und die sind am Genfersee nicht gerade günstig. Das gesamte Ausbildungsmaterial muss der Absolvent selber bezahlen. Jede Schraube und jedes Holzstück für die Ausbildung im Modellbau geht auf sein Konto. Wer die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten hat, kommt schließlich zu einem Diplom, das den Einstieg ins Berufsleben einfacher macht. Die Kontakte zu den Autoherstellern schon während des Studiums, beispielsweise im Rahmen eines Praktikums, helfen da entscheidend. Auch den wenigen Frauen, die Transportdesign studieren. Ich werde die dritte Frau sein, die hier erst graduiert. Frauen und Transportation Design, glaube ich, sind sehr selten, dadurch, dass die meisten Frauen doch Angst vor Technik haben. Aber ich kann jedem versichern, es ist nicht sehr technisch. Ob Mann oder Frau, die dreijährige Ausbildung zum Autodesigner fordert die Studierenden auf allen Gebieten. Im gegenseitigen Gedankenaustausch entstehen Projekte, die gemeinsam realisiert werden. Gruppenarbeit, besonders für die Abschlussarbeit, ist sehr beliebt. Und bei größeren Projekten ist sie auch notwendig. Diese Absolventen realisieren als Diplomarbeit ein 1 zu 1 Modell eines Lotus. In Besprechungen mit dem Schulleiter werden technische und gestalterische, aber auch finanzielle Fragen erörtert. Kostenpunkt des Modells stolze 12.000 Franken. Um dieses Geld aufzutreiben, hat die Gruppe eine Dokumentation erarbeitet, die unter Beratung des Schulleiters an verschiedene potenzielle Sponsoren verschickt wird. Es geht also darum, dass drei Studenten dieser Schule sich dazu entschlossen haben, als sogenannte Senior Project, also eine Art Diplomarbeit eben, einen Lotus Super 7 Nachfolger zu kreieren. Also vielleicht besser gesagt, einen Spiritual Successor sagen wir, einen geistigen Nachahmer. Und wir haben eben versucht, oder wir möchten versuchen, Elemente dieses Fahrzeuges, was eben vor 1958 entstanden ist, aufzunehmen und in die heutige Zeit zu übersetzen. Ob dieses Projekt realisiert werden kann, ist zurzeit fraglich. Lotus, der mögliche Nutznießer, hat eine finanzielle Beteiligung bereits ausgeschlossen. Natürlich um Autos geht es auch in der folgenden Sendung Swiss Made. Nicht um Autobau oder um Marketingfragen, sondern um das faszinierendste Bergrennen der Vorkriegszeit, das 1993 für einmal wieder auflebte. Wir sehen uns bei Format NZZ wieder in zwei Wochen, aus Anlass der Wahlen in Italien mit Reportagen aus unserem südlichen Nachbarland. Bis dann, meine Damen und Herren, auf Wiedersehen. Bis dann, meine Damen und Herren.